Unsere Atmung versorgt uns mit Sauerstoff. Sauerstoff aktiviert den Stoffwechsel und vollbringt damit ein kleines Wunder, mitten in unserem Körper. Ein Wunder, das unserer Schönheit zugute kommt. Wie ein Kaminfeuer, dem zur effektiven Verbrennung Sauerstoff zugeführt werden muss, braucht auch unser Körper ausreichend Sauerstoff, um überflüssiges Fett besser zum Schmelzen zu bringen. Tiefes Atmen ist essentieller Bestandteil des Abnehmprozesses. Doch der Sauerstoffgehalt in unserem Körper ist aufgrund unserer heutigen Arbeits- und Lebensweise oftmals zu gering. Mit schwerwiegenden Folgen. Hier setzt unser neu entwickeltes Slim Yonic Air Body Styler Konzept an. Durch individuelle Druckwellenmassage direkt an den Problemzonen wird das Lymphsystem aktiviert, die Durchblutung gefördert und somit der Abtransport von Stoffwechselprodukten unterstützt. Zeitgleich wird bei der Behandlung gereinigte und mit Sauerstoff angereicherte Luft inhaliert. So wird bis zu 30% mehr Sauerstoff aufgenommen und dadurch das Wunder in unserem Körper aktiviert. Und das auf diese Weise aufgespaltene Fett wird einfach ausgeatmet. Der Slim Yonic Air Body Styler. Effektivere Fettverbrennung mit Sauerstoff. Atmen für ein höheres Wohlbefinden.